Okay, es geht weiter. Mein Hunig zurückbringt. Es wäre mir eine Freude, wenn ihr ihn findet. Okay. Toll, vielen Dank. Er wird ihm nur wieder hier sein. Wohin sind diese Typen denn hingegangen? Äh, weiß ich nicht. Zuletzt sah ich sie, wie sie den Berg Frappe raufgekletterten. Raufgeklettert sind. Okay. Okay, das ist so dann. Okay, merke ich mir. Ach ja, Fähigkeiten jetzt. 600 hat er jetzt. Mehr Formangriff. Der hat 200. Gut so. Okay, der hat echt wenig. Okay, dann geht's mal weiter. So weit habe ich noch nicht gespielt. Okay. Was macht die so Frau halbnackter? Egal, wieder frage ich das einfach nicht. Ich akzeptiere einfach sowas. Wenn die Frau sowas gerne macht in der Freizeit, dann soll sie es auch machen. Okay, da soll keiner mitreden, wenn keiner das versteht. Das nenne ich mal einen Schaden, Krillin. Das nenne... Ja. So, Hund. Ah, diese Hunde, diese Bastardos verarschen gerne. Okay, okay. Äh, stirbst du jetzt, verdammte Scheiß, nochmal? So. Okay, jetzt ist der auch Sonic. Ich habe da eine Idee. Ha, jetzt kommt es. Warte mal, ich habe da eine Idee. Wolf-Harricane. Kombination. Ach, scheiße. Heftiger Angriff. Ich dachte, Tensionland ist noch voll. Gut so. Kann ich den Stein kaputt hauen? Okay, das hat geklappt. Angriffswasser. Okay. Was bist du für ihren Missgestalt? Kam ja mehr vor dem Angriff. Level 2. Der sieht doch mal hässlich aus. Das ist bestimmt Knuts Vater. Hm. Hat der mich gerade mit Schneebein abgeworfen? Oder habe ich mich gerade da versehen? Voll geil. Es sind immer 16 Uhr. Und ich nehme schon seit 2 Stunden so auf. Ich glaube, ich nehme das jetzt heute richtig viel auf. Und lade dann alle auf einmal hoch. Kam ja mehr. So, so, so. Okay, gut. Okay, da können wir noch nicht. Gibt's nur einen Weg dann. Kam ja mehr H. Kam ja mehr H. Dreifach Strahl. Okay. Am nächsten werde ich die Level. Aber das dauert zu lange. Oder soll ich das mit Musik machen? What the fuck? So, so, so. Gut, so. Catch-Nan. Wir haben schon kurz sowieso ein Level gehabt. Also wird sein Leben wieder erhöht. Gut. So. Und so. Okay, aber wo führt mich... Ah, okay. Schmelzt ja alles. Habe ich schon gedacht, dass auch diese Bastarde wieder auftauchen. Dreifach Strahl. Bis da nur einen verfehlt. Okay, das geht ja noch. Komm, triff ihn. Keiner ist gekommen. Achso, hat Verstärkung gerufen, der Hund. Egal, ist besser für mich. Jetzt Angriff, 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 Angriff. Okay, das war gut geklärt. Okay, das haben wir jetzt auch. Bitte kein Zuwärtskampf. Silberpilz. Ausrüstung. Absorbiert auf Feinden gelandete Ki-Schaden und füllt Ki etwas auf. Achso, okay. Aber das ist bestimmt eine Kapsel. Er hört Eisresistenz. Macht Bereiche mit Eissicher. Würde ich mal ansetzen. Ähm, mittlere Bohne auf ihn hier. Wieso du, du Hund? Kann man ja mehr haben. Ach, heftiger Angriff, komm. Der hat bestimmt auch nichts auf dem Kasten. Er hat lila Taz... Also, Pinke... Ihhh, seine Hände sind pink. Komm, stirb, Mann. Die Zornarzeige von dem wird auch bald alle gefüllt sein. Ist gut. Dann kann ich auch Z-Kombos einsetzen dann. So, so. So. Dankeschön. Geld hab ich, danke. Warte, ich brauche ihn ja eher Karotten. Achso, ja, stimmt. Das geht ja nicht. Ähm... Wolfsland-Faust... Ne G-Wellen. Dumas, mehr heftiger Angriff auf ihn. Okay, so. Kugel ist gleich wieder aufgefüllt. Ist gut. Fenschnarren eigentlich auch. Gut. Gut. Trifft immer öfters. Das ist immer gut. Wolfsland-Faust. Jetzt kommt noch Janshu. Ah, guter Junge. Guter Junge. Ah, hier habt ihr alle die Arschkarte, Mann. Ey, du würdest mich verarschen, oder? Ey, jetzt hat man einen Zornarrenniedriger gemacht. Okay, ey. Widerstand. So und so. So. Okay, jetzt. Wolf-Habricane. Kombination. Heftiger Angriff. Hypersprint. Ah, gut so. Hochgenommen. Das nennt ich doch meinen Schaden, verdammt. Scheiße. Renn. 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 Keinen Bock jetzt gerade gehabt zu kämpfen. Ich will eher die Truhe jetzt haben. Key Kapseln. Und heilen. Und speichern. Speichern ist gut. Äh, warte mal. Ich will mal sehen, was viele Kombos ich noch kann. Sprint-Explosion. Eine Kombination aus Schlägen. Ah, tritt nur hin. Ah, okay. Hyper-Explosion kann ich auch. Kombos kommen. Ah, okay, okay. Die probiere ich dann gleich aus. Aber soll ich Krillin einwechseln? Ja, eigentlich schon. Das ist wichtig. Alle sollen so gut gelevelt sein. So. Und bämms. Ach, komm so. Ja, keiner ist gekommen. Sei froh. Ja, keiner kommt heute. Und so, 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 so. Der ist jetzt weg. Gut. Ich benutze keine Key-Explosions-Attacken bei denen. Aber die sollen mich ruhig angreifen. Das ist besser für mich, für meine Zornanzeige. Kann ich auch die Z-Kombos einsetzen. Der kriegt ja schnelle Level-Ups. Kleine Bohne. Und weg. Gut. Da gehe ich jetzt hoch. Erstmal hole ich mir diese Truhe hier. Einfach nochmal angreifen. Da stemmen die auch eigentlich. Natürlich. Okay, greift weiter schön Krillin an. Und ihr habt Schuh. Gut. Zornanzeige wird schnell aufgefüllt. Ding ist weg. Greift mal so ein Kuckoo an. Das ist besser für euch. Also eigentlich nicht. Aber egal. Kann man ja auch immer anlügen. Und so. Einfrieren. Einfrieren Kapseln. Was? Kann ich die Gegner jetzt einfrieren? Achso, nein. Aber doch. Ach, keine Ahnung. Und so, 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 so. Okay, zornig ist das schon. Gut. Greift so ein Kuckoo-Eimer an. Ach, okay. Er ist schon jetzt so tot. Eiskapsel. Technik Fruit. Gut. Schlafkarte. Okay. Drei Stück von denen. Ah, ihr Hunde. Egal, da kann ich die Angriffe beim Boss einsetzen. Das war besser. Widerstand. Gut. Sind alle schwul. Deswegen klappt es nicht bei denen. Mhm. Oh, willst du mich verarschen? Ja. Ja. Zaunanzeige wieder niedrig. Jetzt kommt die Mittlerung. Greift mich. Nein, die greift Krillin an. Okay. Okay, die ist jetzt weg. Weil ich mach keine Set-Kombos, sonst machen die das und das ist dann Verschwindung. Okay. Okay, gleich beim Boss sofort einsetzen. Ach, ich muss doch gleich einen Cut machen, verdammt. Ach, da sind sie wieder. Die kleinen Bastardos. Hey, stehen bleiben, Leute. Hä, wer zum Teufel bist du? Hast du mich schon längst vergessen, oder was? Ihr habt Takaka Honig gestohlen, nicht wahr? Ich bin hier, um ihn zurück zu fordern. König Pilaf, im nächsten Part. Ich bin hier, um ihn zurückzuholen, nicht wahrzuholen, nicht wahrzuholen, nicht wahrzuholen.